. . . . . . . Naja, wenn die schon aufgeht. Wird schon die richtige sein. Hey, Jesus, na? Ich war auch am Kreuz. Bin selber wieder runtergekommen. Dich haben sie runtergeholt. Was sagst du jetzt? Was zeigt denn die Uhr da an? Viertel vor elf, circa. Ja, die Uhr geht nach. Ähm. Ah. Ich nehme allerdings an, dass die Tür nicht nur aufging, um mir diese Batterie zu offerieren, sondern weil ich irgendwas mit dem... Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Mir ist es letztens kurz eingefallen. Der Projektor. Es ist ein Projektor. Irgendeine Art. Es hat einen anderen Namen. Wir haben das in der Schule früher gehabt, beziehungsweise die Lehrer hatten das. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie dieses Gerät heißt. Oh, ein Zettel. Oh, ein Galgen. No. Oh mein Gott. Was könnte denn das jetzt heißen? Wenn es jetzt nicht flackern würde, könnte ich es vielleicht so wie... Not falling is worth than... Oder worse than... Ja, das wird sich schon irgendwie mal... Ah, ich muss wieder eine Folie suchen. Ich muss 100 pro wieder eine Folie... Ähm, finden. Aber wo? Oder vielleicht liegt hier noch irgendwas rum? Ach so, Jungs. Ich komme mal wieder zu euch in den... In den Chat. Schon wieder die Batterie. Ja, ich reg mich auf. Scheut euch nicht, mir Fragen zu stellen... Oder mir Antworten zu geben. Vor allem mir Antworten zu geben. Auf Fragen, die ich noch nicht gestellt habe. Oh. Catholic Schools. Naja, ob das so katholisch hier ist? Ich wage es zu bezweifeln. Was haben wir denn hier? Geht die Tür auf? Natürlich nicht. Nur noch zwei Batterien. Ich hatte vorher... Wie viel hatte ich denn vorher? Ich habe doch geguckt. Ich hatte sowas von viele Batterien. Vier oder so. Habe ich die inzwischen alle schon wieder raus... Geheizt. Also mindestens mal zwei. Eigentlich wollte ich die jetzt gar nicht tauschen. Ein bisschen hätte sie noch gehalten. Ah, das ist immer noch die Blutdusche. Oh, Exit. Klasse. Ich mag Exits. Fuck. Hilf mir! Wem? Wo? Wie soll ich dir helfen? Ich sehe es nicht. Es ist überall Blut. Es ist überall Blut. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Geh weg von mir! Oh, Gott. Da geht es nicht lang. Hier. Wo geht es denn lang? Hilf mir! Hilf mir! Ich sehe nichts. Wo geht es denn lang? Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Was mache ich hier? Der Leiter? Oh, guck mal. Ich muss auf die andere Seite der Leiter. Es ist alles nur eine Warnvorstellung. Du kannst ihr nicht helfen. Tach! So. Batterie. Was ist denn das? Hier ist ja alles rot ringsherum. Was ist denn hier passiert? Sonnenaufgang? Sonnenuntergang? Blutmond? Oh, guck mal. Ein dritter Zuschauer. Hallöchen. Guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist jederzeit eingeladen, dich gerne im Chat mit den anderen Zuschauern zu unterhalten. Oder auch mit mir. Oh, jetzt muss ich ganz kurz warten. Ja, und ich hoffe, du hast Spaß beim Zuschauen. Ich habe jedenfalls Spaß beim Spiel. So in eine, auf eine merkwürdige, geisteskranke Art und Weise. Okay, es regnet scheinbar Blut. Das kann ja mal vorkommen. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, scheiße. Nein, das ist völlig normal hier. Wir sind bei Outlast. Wenn es Blut regnet, dann regnet es halt Blut. Ist die Frage, muss ich nach unten oder muss ich weiter nach oben? Ich vermute nach oben. Es riecht immer mehr nach Finale. Ich kann es förmlich... Ach nee, es ist die Duftkerze. Scheiße. Ich müsste mir heute sogar eine Duftkerze herstellen, weil mir die Kerzen langsam ausgehen. Für die Beleuchtung hier. Naja, demnächst mal wieder welche kaufen. So, für den nächsten Livestream. Sollte dann wieder die eine oder andere da sein. Aber vielleicht spiele ich das Spiel ja auch heute durch. Das wäre sehr cool. Könnte ich mich nämlich anderen Projekten widmen. Die gingen jetzt aber schon ein ganzes Stück auf, du. Also jetzt wäre ich noch ein bisschen angestrengt, dann wäre da mehr gegangen. Sag mal, hier könnte ich mich verstecken. Will ich gerade nicht. Was höre ich denn hier für Geräusche? Du klangst wie skandinavisch. Du klangst wie skandinavisch. Oh ja, Junge. Ah, der ist schon bekannt, der Kamera. Da hängt öfter hier rum. Können hier noch irgendwo eine Batterie liegen, bitte? Ich hätte so gern noch eine Batterie. Na, die tun ja Dinge. Achso, das war jetzt ich, der ich gegen die Kette gelaufen bin. Klasse. Ach, die haben mir wieder Sachen gemacht. Ich nehme mal ein bisschen was auf fürs Thumbnail. Ich weiß leider nur nicht, ob, wenn ich jetzt den Screenshot hier mit der PS4 aufnehme, ob es mir dann den Livestream unterbricht. Deswegen lasse ich es vorsichtshalber lieber. Oh mein Gott! Aber das nehme ich doch. Ja, guck mal. Ja, Alter, ach. Das ist ja... Boah. Da machen wir was draus. Irgendwie. Okay, jetzt gehen wir mal da rein. Okay. Ich vermute, dass das nicht gut ist. Der hat jetzt zugemacht. Der hat mich auch gesehen. Es könnte jetzt sein, dass er seine Brüder holt. Und die mich dann hier alle vergewaltigen oder so. Meine Frau haben sie ja schon vergewaltigt. Jetzt machen sie mit mir weiter. Hei, hei, hei. Das sind wieder Geräusche hier. Als ob da irgendwo Pyramid Head rumrennt. Das ist ein riesen Schwert hinter sich herzieht. Schon wieder so ein langer Zettel. An irgendeiner Stelle sollte ich die mal lesen. Das gibt mit Sicherheit auch wieder ein bisschen Aufschluss. Hier habe ich jetzt ordentlich Versteckmöglichkeiten. Das ist nicht ganz übel. Soll ich, äh... Die Gunst der Stunde mal nutzen, um ein paar Dokumente zu lesen? Bin ich mir nämlich auch nicht ganz sicher, ob ich das jetzt noch unbedingt lesen muss. Allerdings wäre es vielleicht auch nicht ganz uninteressant, wenn ich es... Ich mach mal zu. Dann komm ich mir nicht so hilflos ausgeliefert vor. Was ist denn das denn? Ne, das ist doch... Das ist doch... Das ist ja eine Mine. Das wissen wir ja inzwischen. Da kommt Kohle durch oder irgendwie sowas. Draußen regnet jetzt Blut. Immer noch. Normal, haben wir gesagt. Da ist es ganz dunkel. Das ist... Stockdunkel. Ich hab jetzt... Wer? Oh! Ich hör was. Nicht lesen, sagt der Senpai. Okay. Bananenheld hat noch nichts gesagt. Ich geh davon aus, dass ich eh gleich irgendwie sterbe. Auf die ein oder andere Art. Gibt ja verschiedene... Verschiedene Arten zu sterben in diesem Spiel. Nee. Doch. Aber was sind denn jetzt hier für Geräusche? Dieses... Was soll denn das? Das regt mich doch auf. Hm. Nach oben irgendwie? Oder hab ich... Eine Tür. Nehmen wir doch mal die Tür. Oh, die Nachtsicht schon wieder. Die Minen-Eingang ist meistens auf dem Topfloor. Ach, da sind ja... Da sind ja die Verbände da. Das hab ich grad gedacht. Findet ihr den Minen-Eingang? Hab ich den noch nicht gefunden? Mein Gott. Okay, letzte Batterie wird... In den Camcorder gesteckt. Ähm... Ich muss erst mal wieder richtig aufstehen. Vielleicht liegt hier ja zufällig grad einer rum. Ich hab irgendwie permanent das gleiche Problem wie in Outlast 1. Fuck! Wir haben versucht... Wir haben versucht, sie zurückzunehmen. Bevor das Gegenteil von uns rüberkommt. Aber sie... Warte, Lynn? Sie haben sie gesehen? Sie haben uns getötet. Und die Glückwunscher haben sie getötet. Geh raus! Wir müssen weg! Wir müssen weg! Alles andere als glücklich. Nee, ehrlich, ich bin... Ah, ja. Ui. Ist... Ist ja schon wieder. Oh, hi! Steht da was? Nee. Dich muss ich auch mit Sicherheit wieder bewegen. Ah, ich kann dahinter. Weiß nicht, ob das gewollt ist. Aber es geht zumindest mal. Ich kann das Ding hier nicht bewegen. Das steht jetzt auf dem Tisch. Nein, du sollst da nicht dahinter. Ich schätze mal, dass ich jetzt hier wieder eine Folie finden muss. Ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr zu rennen. Einfach damit es nicht so lange dauert. Auf der anderen Seite soll es ja auch spannend bleiben. Aber ich habe nur noch eine Batterie. Das ist dumm. Ist ja eine ganz, ganz dumme Situation. Da ist was. Also zumindest mal eine Tür, die zu öffnen geht. Sonst ist in diesem Raum nichts. Gut. Das ist eine Batterie. Komm her. Ich liebe die Batterie. Okay. Äh, nee. Ich will eigentlich nur die Nachtsicht deaktivieren. Das ist doofe Idee. Da dürfte auch nichts interessantes sein. Es muss ja irgendwie hier jetzt einen Sinn haben, warum ich hier bin. Da ging es nicht durch. Da war ich... Nee, war ich da drin? Ja doch, da war ich drin. Alles klar. Dann gehe ich jetzt mal munter, locker, flockig in diese Richtung. Auf den muss ich irgendwas legen. Bin ich mir... Hallo, was machst du denn da? Hä? Jetzt. Da wird... Es ist hier irgendwo eine Folie befinden. Im Bereich der Warenvorstellung. Die Frage ist nur, wo. Ach, wenn das nicht alles so furchteinflößend wäre. Ah, ein Verband. Ja, da... Warte mal. Nee, ich kann auch aktuell keinen benutzen. Ich habe die Tasche voller Verbände und bin unverletzt. Aber Batterien, die ich permanent benötige, habe ich nicht. Habe ich nicht am Start. So, bin da reingekommen. Ich schätze mal, die ist zu. So kann man sich täuschen. Ich komme hier... Hä? Ah, gehe ich halt hier rum. Also, da ist ein Stuhl gekommen. Ein Stuhl an sich ist ja jetzt kein Problem. Ein Stuhl ist ein Sitzenöbel. Und Sitzen ist ja eigentlich was Feines. Deswegen schreibe ich dem jetzt gar nicht allzu viel Negatives zu. Der Rechner ist an. Jessica, ist das... Was? Oh, ist dem Chat beigetreten. Bist du da? Ha! Wer, wer, wer ist... Jessica, blau und was ist das rote? Bl... Kann das jemand lesen? Blay ist doch... Heißt das Blake, oder? Irgendwas mit The Machine. Ist egal. Auf jeden Fall... Bist du da? Hi! Es funktioniert. So seltsam. Ich kann dich da drüben tippen sehen. Dreh dich um. Ich soll mich jetzt umdrehen. In P.T. hat das auch einer gesagt. Drehen sie sich um. Das war jetzt nur ganz kurz. Das P... Das in P.T. war gruseliger. Und erschreckender. Oh, guck mal. Ich hab'n Kommentar. Ja, ich möchte natürlich auch... ...schon irgendwie das Spiel beenden. Senpai. Das, was du jetzt grad geschrieben hast, lässt mich... ...allerdings vermuten auch, dass ich kurz vorm Ziel bin. Denn du scheinst ja anhand der... ...Informationen, die du auch vorher bezüglich der... ...Bodenklappe zu mir hattest... ...da schon auch etwas mehr gesehen zu haben. Wenn du also... ...mir mit Sicherheit... ...sagen kannst, dass es wirklich nicht mehr so lang dauert, das Spiel... ...dann hoffe ich natürlich auch, dass ich dich jetzt da nicht allzu lange vorm Schlafen abhalten muss. Bis ich das Ende habe. Auf der anderen Seite... Oh, da kann ich auch was tun. Auf der anderen Seite weißt du ja auch, wie gerne ich an Stellen hängen bleibe, die... ...unübersichtlich sind. Hi. Ich kann dich sehen. Was war das auf deinem Bildschirm? Das Fenster, das du zugemacht hast? Nichts. Ich blödle nur herum. Ganz... Es geht so schnell. Ganz... ...Gesellschaft, Unterstützung und Gebote für depressive und besorgte Katholiken. Gemeinschaft, Entschuldigung. Gemeinschaft, Unterstützung und Gebete für depressive und besorgte Katholiken. Ich drehe mich mal um. Das ist mein Schatten. Da hätten dir jetzt schlimmere Sachen stehen können. Ähm, diese... Ne, welche Tür war... Hä? War die Tür vorher? Egal. Egal, 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 egal. Ich vermute, ich vermute immer noch eine Folie finden zu müssen für den... Ja, für das Gerät, dessen Namen ich mir leider nie merken kann. Ähm, 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 ist diese Tür... Ne, die war doch vorher schon auf die Tür, oder? Äh, ich weiß es nicht. Hi, Jessica. Na? Wie ist das? Geh mal in den Pool. Schwimm. Ich seh sie nicht mehr. Oh, okay, sie scheint aber in etwa... Moment. Es kann sein, dass ich eventuell... Ne, die ist verschlossen. Ich muss sie aber wahrscheinlich hinterher. Anders wird's nicht weitergehen. Jessica? Falls du wirklich Jessica bist. Wo bist du jetzt hin? Die, von der ich glaube, dass du Jessica bist? Da rebergert sie. Wieder in die Duschen. Ich vermute daher, ich muss da auch wieder irgendwie hin. Da ist ein Exit. Da war vorher irgendwie was mit ganz viel Blut. Ich... Autsch! Hör mal auf hier mit der Flackerei. Okay, das ist gar kein Problem, Senpai. Es kann aber eigentlich auch gar nicht mehr so lang dauern. Denn ich bin ja... Auch schon einige Stunden dran. Ho. Hold me? Vielleicht? Help me. Noch eher. Ich würde sagen, help me, ja. Jetzt wird's aber langsam wieder ganz, ganz unschön, das Bild. Ich schätze mal, jetzt kommt gleich wieder Tentakelmann. Und will mir an mein Leben dran. Jessica ist unten in die Dusche gegangen. Jetzt müsste ich theoretisch irgendwie eventuell versuchen, wieder in den unteren Bereich zu kommen. Das ist mit dem Geflackere hier allerdings teilweise. Es wird wahrscheinlich gar nicht gehen, weil diese Tür dort ja zu ist. Ich muss noch irgendwo diese goddamn fucking Folie finden, die ich auf den... ...legen muss. Ich wille beends... Jetzt nicht mehr so ein Sch hospitalieren. Best true. метrin. Burd decipher. Apa ist das für das aninated기는. налfeierbar? screening. kampi. Versä Idol hat geschرك.